Sie lieben Bücher und Sie möchten gerne ganz einfach Ihre Bücherei vor Ort unterstützen? Nutzen Sie das Vermittlungsprogramm Lesen und Gutes tun des St. Michaelsbundes. Das können Sie tun. Stöbern Sie bequem von zu Hause aus in unserem Online-Shop michaelsbund.de. Wir haben mehr als 450.000 lieferbare Artikel. Lassen Sie sich von mehreren tausend Empfehlungen inspirieren und bestellen Sie Ihr Lieblingsbuch einfach und sicher direkt zu Ihnen nach Hause. Jetzt kommt's! Bevor Sie Ihre Bestellung abschließen, wählen Sie im letzten Schritt des Warenkorbes Ihre Bücherei als Vermittlungspartner aus. Was hat die Bücherei davon? Für jede Bestellung, bei der Ihre Bücherei als Vermittlungspartner ausgewählt wird, erhält diese eine Provision von 10% und kann damit wieder neue Medien einkaufen. Also ein kleiner Klick mehr, der Ihrer Bücherei aber enorm hilft. Ihre Bücherei kennt das Programm Lesen und Gutes tun noch nicht? Dann weisen Sie sie gerne auf michaelsbund.de slash Vermittlung hin. Denn hier finden Büchereien alle wichtigen Informationen zum Vermittlungsprogramm und können gleichzeitig kostenlose Wärmemittel bestellen. Gut für Ihre Bücherei, gut für Sie. Denn je mehr Kunden an Lesen und Gutes tun teilnehmen, desto mehr Budget steht Ihrer Bücherei für den Kauf neuer Medien zur Verfügung. Und das bedeutet dann für Sie mehr Auswahl in Ihrer Bücherei.